Millionen Menschen betrachten und bewundern die weltberühmten Werke der Großmeister der niederländischen Kunst. Aber welche Geschichten sind unter den Farb- und Firnessschichten versteckt? Welche Geheimnisse können sie erzählen? Um das herauszufinden, erschaffen wir die Klassiker neu. Auf der Suche nach der perfekten Nachbildung erkundet ein Expertenteam die kleinen Geschichten hinter den größten Meisterwerken der Niederlande. Bei Hieronymus Bosch denke ich vor allem an Alp- und Tagträume, Visionen, LSD-Trips und die freakigste Vorstellungskraft, die mir jemals in Bildern begegnet ist. Das Merkwürdige an dem Hausierer ist, dass er für einen Bosch ein sehr realistisches Gemälde ist. Das Bild sieht auf den ersten Blick so einfach aus, aber gleichzeitig so wirkungsvoll. Ich will wissen, wie der das gemacht hat. Bosch wurde um 1450 in Sertorhenbos geboren. Der Hausierer ist um 1500 entstanden und wurde auf zwei Tafeln eines Altarbildes gemalt. Seit 1931 befindet sich das Gemälde hier in Rotterdam. Ich bin hier im einzigen niederländischen Museum mit Bildern von Hieronymus Bosch. Hing da ein Bild? Es wurde nach Sertorhenbos ausgeliehen. Ganz schöne Reise. Der Hausierer geht auf Reisen. Das ist das einzige Museum mit Gemälden von Hieronymus Bosch in den Niederlanden. Wie wichtig ist der Hausierer für Sie? Der Hausierer ist ein wichtiges Werk, auch weil Bosch das Motiv häufiger benutzt hat. Es ist natürlich so ein unglaubliches Gemälde, eigentlich das Flaggschiff von Bosch, das wir gerne haben würden, um ihm näher zu kommen, um es besser zu verstehen und dem Geheimnis von Bosch auf die Spur zu kommen. Der Plan ist, in fünf Wochen eine Rekonstruktion anzufertigen. In fünf Wochen? Ja, geht das? Nein. Weil? Ain't nothing like the real thing. Das Gemälde hat eine einzigartige Ausstrahlung und Kraft. Einen eigenen Zauber, der einen gefangen nimmt. Mit welcher Kopiertechnik oder anderen Mitteln Sie da auch rangehen, es wird anders aussehen. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, das wird sehr schwierig. Wir möchten die Rekonstruktion neben das Original hängen. Für einen Tag geht das. Ja, dieses Bild abgemacht. Unglaublich. Da ist er, unser Freund. Ein seltsames Gefühl, wirklich davor zu stehen. Was für ein Gemälde. Wenn man sich vorstellt, dass Bosch hier um 1500 mit seinen feinen Pinselchen aus Schweineborsten gemalt hat, das ist schon verrückt. Wenn man ganz nah davor steht, ist man eigentlich seiner Zeit ganz nah. Sehen Sie sich zum Beispiel das Auge des Höllenhundes an. Im linken, das Auge des Höllenhundes sieht man das Weiß. Das rechte Auge ist viel dunkler und an der Schnauze sind Herrchen. Und der Ausdruck seines Kopfes. Allein dafür braucht man schon fünf Wochen. Ich fürchte, das wird unmöglich. Ich frage, dass das unmöglich ist. Musik 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 Das ist er also, der Hausierer. Wir haben fünf Wochen, um das Geheimnis des Meisters zu entschlüsseln. Charlotte, was wird die grösste Herausforderung bei der Farbe? Ich bin gespannt, ob ich die Ausgewogenheit und den Ton hinkriege, die richtige Farbdecke, die Textur. Die oberste Farbschicht ist offenbar mit der Zeit transparenter geworden. Deshalb erkennt man wohl die Unterzeichnung so gut. Das war wahrscheinlich keine Absicht, wie zum Beispiel am Rücken des Hundes hier. Das ist erst später hindurch geschimmert. Das kam später, aber die Frage ist, in welchem Maße. Die beiden Tafeln wurden im 18. oder 19. Jahrhundert zusammengeklebt, um ein Bild daraus zu machen. Das ist allerdings nicht ganz geglückt, denn die beiden Teile wurden nicht gut verleimt. Deshalb haben sie immer etwas Ungewöhnliches. Ziemlich schludrig, oder? Ja, seltsam. Dafür gab es bestimmt einen Grund. Aber man hätte es natürlich besser machen können. Für Bert besteht die Herausforderung in der Herstellung des Rahmens. Aber auch die Tafel mit dem Bild des Hausierers ist nicht aus gewöhnlichem Holz. Sieht so aus. Man zerteilt den Baum zunächst in vier Viertel. Dann werden die Teile herausgesägt. Dabei sieht man, dass die Jahresringe gerade auf dem Holz stehen, damit das Holz weniger arbeiten kann. Das Rot vom Rand stammt von einer Pflanze, dem Färberkrab. Diese rote Farbe hat man zu Boschs Zeiten häufig benutzt. Die Pflanze wurde auch in den Niederlanden angebaut. Das ist eine rote Wurzel, oder? Sie ist zuerst gelb. Man muss sie einweichen und dann den Farbstoff extrahieren. Das versuchen wir auch. Wir haben nur fünf Wochen. Versus 500 Jahre. Genau. Das ist es. Für den Bosch brauche ich ein Kilogramm Hasenleim, einen Sack Gummi Arabicum, einen Liter Leinöl, Lötzen, Gelb, Ockergelb, französischen Ocker, rohen Ocker und gebrannten Ocker. Das erste Stück, mit dem wir die Tafel machen, ist fertig. Es muss alles schnell gehen, wir haben nur wenig Zeit. Danach übernimmt Charlotte. Das wird echt spannend. Wir suchen ein Holz, das möglichst flach bleibt, wenn man es zusammenklebt. Ich dachte da an Viertelholz. Das klingt vernünftig. Und welche Holzart? Eiche. Die Qualität ist sehr gut. Bei der Breite müssen wir noch überlegen. Gebrannte, brauner und dunkle Ocker, Grünspan, Elfenbein-Schwarz, Holzkohle, Lampenschwarz, Azorit und Färberröte. Habe ich alles? Ja? Ja, gehen wir runter. Über die Färberröte wüsste ich gern mehr. Okay. Hier küssen sich zwei. Da pinkelt einer. Das Gefäß auf einem Stock ist eindeutig ein erotisches Symbol. Die Unterhose. Das muss ein Bordell sein. Aber kommt er aus dem Bordell? Läuft er vorbei oder geht er zurück? Das ist das Spannende, das die Bildmitte dominiert. Man weiss es nicht, so wie man als Mensch eine Wahl treffen muss. Entscheidet man sich für das Gute oder für das Böse? Dieses Gemälde ist wohl wegen des Gesichtsausdrucks des Mannes so berühmt. Für mich gehört es zu den Schönsten von Bosch und ich darf darauf Acht geben. Sein Gesichtsausdruck macht das Bild aus und das scheint mir das Schwierigste zu sein. Das ist zwar nur ein kleines Detail, aber mit seinen Augen stimmt was nicht. Er sieht aus, als ob er schielt. Sein Ausdruck ist ziemlich unklar. Man kann alles Mögliche hineininterpretieren. Warum zum Beispiel schaut er schräg nach unten? Auf die Augen muss ich mich besonders konzentrieren. Das hier ist Viertelholz aus Eiche, aber ziemlich dick. Ja, es ist sehr dick. Es sollte nicht dicker sein als 1,3 Zentimeter. Das ist es auch nicht. Sehen Sie diese Stücke hier? Die sind alt, das sieht man, oder? Ich meine, sie sind etwas gealtert. Ist das Eiche? Nein, das kann man aber auch nicht direkt sehen. Das Grau ist nicht schlimm. Wenn man das abschleift, ist es wie neu. Ah, das ist doch Viertelholz aus Eiche. Das hier ist schön breit, das müsste gehen. Damit sollten Sie zurechtkommen. Von der Leiste hier geht zwar was weg, aber es bleibt breit genug für die Tafel. Das sind wirklich schöne, alte Teile. Und vollständig trocken. Hieronymus Bosch hat Färberröte benutzt. Was ist das denn genau? Ein tolles Material. Der Wurzelstock der Pflanze wird mit vier Jahren aus dem Boden gezogen und in Öfen getrocknet. Dann schlägt man das Äußere, den Mulch, ab. Ein klebriges Zeug bleibt übrig. Das nennt man dann echte Färberröte oder Krabb. Haben Sie die hier? Ja, hier. Das ist die Wurzel des Färberkrabs. Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie das Rot. Und das ist gemischte Färberröte, der Farbstoff. Interessant, nicht? Ich weiß nicht. Die beiden Tafeln für den Hausierer sind fertig. Sie sind aus Eichenholz. Jetzt kann Charlotte mit dem Malen anfangen. Der Hausierer musste in seiner 500-jährigen Geschichte viel aushalten. Bosch hat ihn ursprünglich auf die Außenseite von zwei Altartafeln gemalt. Im 18. Jahrhundert wurden die verleimt und zu einem Achteck zugesägt. Das machen wir auch, wenn Charlotte fertig ist. Aneinander kleben und den Rest absägen. Echt radikal, was die gemacht haben. Das war doch idiotisch. Haben die sowas öfter gemacht? Ja, Bilder wurden häufig zerteilt, um sie einzeln zu verkaufen. Manchmal konnten sie wieder zusammengefügt werden. War es um 1800 üblich, aus einem Altarbild ein Gemälde zu machen, das man sich schön zu Hause aufhängen kann? Darum ging es ja wohl. Wir werden das genauso machen und zwei einzelne Tafeln malen. Dann verleimen und zu einem Achteck zusägen. Das Eichenholz des Altars hat eine Grundierung aus Leimkreide. Damit bekommt man eine ganz weiße Tafel. Darauf bringt man die erste Unterzeichnung an. Daran kann man sich während des Malens dann orientieren und weiß, wo was hinkommt. Darum gut weiß, wo was was muss kommen. Musik Charlotte wird bei Mahlen gegründet. Musik Das ist übliche Handschnittskunst. Wenn man den Rahmen genau betrachtet, sieht man, dass er nicht überall gleich ist. An den Ecken geht das Muster weiter. Das ist schon eine besondere Herausforderung. Man muss die bestmögliche Lösung finden, um den Rahmen so gut es geht nachzubilden. Das Triptychon zeigt auf der Mitteltafel das volle Leben. Links den Himmel und rechts die Hölle. Diese Tafeln kann man schließen. Und wenn man dann auf die Rückseite geht, sieht man dort unseren Freund, den Hausierer. Der ist hier zwar anders gekleidet, aber es ist dieselbe Figur, die wir von unserer Tafel kennen. Professor Joris Dick sieht sich die Unterzeichnung des Hausierers an. Die ist durch die Farbschichten gut zu erkennen. Ob das während des Malens auch so war, oder ist die Transparenz durch die Zeit entstanden? Das sind ja die Aussentafeln eines Triptychons. Die wurden oft nur dünn bemalt, denn sie sind nicht das Kostbarste von so einem Altarbild. Das Schöne und Wertvolle sieht man im Inneren, wenn man es aufklangt. Dann muss es glänzen. In diesem Fall sind die Bilder der Innenseite bekannt, und da sehen sie dasselbe. Da wirken die Farben auch durchscheinend, teilweise viel deutlicher als auf diesem Bild. Ich finde es ziemlich schwierig, was darüber zu sagen. Worauf muss Charlotte achten? Was ist die grösste Herausforderung? Das Meisterhafte dieser Arbeit und der Wagemut beim Malen sind schwer nachzuahmen. Beides steckt in kleinen Details, die allein nicht viel ausmachen, aber insgesamt wirkt das Ganze suggestiv. Ich glaube auch, dass das Bild schnell gemalt wurde. Wenn man schnell malt, muss jeder Strich sitzen. Das ist wohl das Schwierigste. Wenn man drei, vier, fünf Mal versuchen muss, das Gesicht hinzukriegen, entsteht eine ganz andere Wirkung. Das ist die grösste Herausforderung. Ich habe gerade mit Matthäus Elzing gesprochen. Er sieht auch vor allem eine sehr schnell malende Hand und hält es für sehr schwierig, das in der Rekonstruktion wiederzugeben. Matthäus hat auch auf die Transparenz bei Bosch hingewiesen. Es ist bekannt, dass die Farbe im Laufe der Zeit immer durchsichtiger geworden ist. Aber in welchem Maße das bei Bosch passiert ist, weiß ich nicht genau. Es dürfte schwierig für sie werden, da eine Entscheidung zu treffen. Das wird der krönende Abschluss des Hausierers, den Charlotte gerade malt. Wieso? Auf diesem Bild liegt vergelbter Firnis. Den können wir gut für die Rekonstruktion benutzen. Ich werde dieses Bild abmalen und habe hier schon mal angefangen. Den Firnis behalten wir zurück. Die Wattestäbchen lege ich sofort in den Becher und gieße Alkohol dazu. Dann bildet sich ein Extrakt des alten, vergelbten Firnis. Den tragen wir dann auf den Hausierer auf. Kommen wir Bosch damit näher? Ja. Die Wattestäbchen lege ich sofort in den Becher und gieße Alkohol dazu. Die Wattestäbchen lege ich sofort in den Becher und gieße Alkohol dazu. Das ist buchstäblich heiliger Boden. Die Kapelle der Bruderschaft unserer lieben Frau, in der Hieronymus Bosch eingeschworenes Mitglied war. Und der Gedanke ist idiotisch, aber hier hat Bosch gestanden. Für diese Kapelle hat er Werke geschaffen. Die Bruderschaft war ein elitärer Kreis einflussreicher Personen, die zeitgenössische Kunst und Musik gefördert haben. Für diese Kapelle hat Bosch mit Adrian van Wesel, einem grossartigen Bildhauer, ein Altarbild gemacht. Das muss hier gestanden haben. Am besten scannst du das ein. Das müsste klappen. Ist echt schön. Man könnte auch einen 3D-Druck des Rahmens machen, denn für die Nachbildung bleibt nicht viel Zeit. Mit einem 3D-Druck kannst du die Schnitzereien rekonstruieren. Dann hast du wenigstens schon mal die Form, die reine Oberfläche. Die Nachbearbeitung kommt danach. Die Goldschichten und die Patina, die sich später gebildet hat, müssen per Hand nachträglich draufgemalt werden. Das dürfte aber schwierig werden. Ich stehe hier auf der St. Johannes-Kathedrale an einem historischen Ort. Eine historische Regenrinne. Um 1450, als Hieronymus Bosch geboren wurde, stand dieser Teil von St. Johannes schon. Und der, auf den ich schaue, wurde später angebaut. Bosch war mit dem Architekten von St. Johannes gut befreundet und ist dort hinunter in die Ateliers gegangen, wo die Bilder gemalt wurden. Da sitzt sogar ein Hausierer auf einem Strebebogen. Der sieht unserem ganz schön ähnlich. Die Künstler haben sich auch gegenseitig beeinflusst. Untertitelung. BR 2017 Musik Hier ist nichts gerade. Ein kompliziertes Schnitzwerk. Man kann nicht einfach hier und da einzelne Stückchen kopieren. Das sähe dann ganz anders aus. Das ist eine große gestalterische Herausforderung. Können Sie das Foto benutzen? Das reicht wohl nicht, denn man kann daran keine Tiefe ablesen. Man sieht nicht, wie dick das ist. Wahrscheinlich wäre es besser, das Original zu sehen. Auf jeden Fall. Diese Wurzeln stehen schon seit zwölf Tagen im Wasser? Ja. Charlotte gibt einen kleinen Kurs über Farbenherstellung im 16. Jahrhundert. Aus der Wurzel des Färberkrabbs macht sie die rote Farbe für den Rand. Schüttest du das zusammen? Kann ich das einfach so zusammengießen? Setz lieber eine Brille auf. Gibt es eine Reaktion? Ja, es wird wohl ein bisschen schäumen. Na ja, die Brille ist vielleicht doch etwas übertrieben, oder? Na, das ist nicht gut für die Augen. Schütte nur die Hälfte rein. Okay, oh Gott, sieht aus wie ein Milchshake. Okay, ich glaube es. Das ist echt merkwürdig. Oh Gott, ja, das wird echt sehr rar tun. Wie aufwendig das damals war, Farbe herzustellen. Wie aufwendig das war, Farbe herzustellen. Typisch für Hieronymus Bosch ist die Unterzeichnung, die manchmal auch von den oberen Farbschichten abweicht. An einigen Stellen der Unterzeichnung, wie bei der fliegenden Schwalbe, hat er drüber gemalt. Meine Farbe ist noch frisch und hat keine Transparenz, wie die alte Farbe von Bosch. Meine Schwalbe ist also weniger gut zu sehen. Das ist schade, aber so ist es halt. Von Anfang an und auch im Museum haben alle gesagt, dass das unmöglich ist. Und wenn das jeder sagt, fängt man selbst an zu zweifeln. Ich zumindest. Du bist ja schon ganz schön weit. Fast fertig. Van Gogh meinte, wenn du die innere Stimme der Unsicherheit hörst, das Ich-kann-es-nicht, sagt sie auch, da musst du durch. Mal davon gehört? Ja, kenne ich. Aber die Unsicherheit ist im Nachhinein auch gut, weil ich dadurch genau hinsehe und ganz offen vor dem Bild stehe. Open voor het schilderij. Wow. Wow, was für ein Ergebnis. Eine Ehre für Hieronymus Bosch. Stimmt. Viel schöner kann man ihn gar nicht ehren. Und auch frisch. So hat das Bild mal ausgesehen. Es hat was Frisches jetzt. Sehr seltsam. Das Bild wirkt, als hättest du es sauber abgespült und die Spuren der Zeit abgewaschen. Sein Blick ist überzeugend. Und der Bart. Kopf und Bart. Ist noch nass. Das ist noch nass. Michel, du kannst das Bild jetzt um ein paar Jahrhunderte älter machen. Alles klar. Ich bringe es in den Alterungsraum. Wofür? Ja, du kannst alles vorbringen. Musik Jetzt leimen wir den Hausierer zusammen, wie es im 18. Jahrhundert üblich war. Das finde ich total schön. Das mache ich häufiger. Tafeln wieder zusammenkleben. Ist nicht sehr spannend, aber man muss sich konzentrieren. Trocknet der Leim schnell? Ja, wir müssen sofort loslegen. Auf geht's. Heben wir die Seite an. Ich drehe das. Ja, noch weiter. Geht das? Ja, noch weiter. Ist's gut so? Nein, noch locker. Jetzt weiter. Homer? Perfekt. Schön. Wie lange muss das trocknen? Eine Nacht. Gehen wir? Ja, super gemacht. Nach einer langen Nacht und einem ganzen Tag trocknen, sägen wir jetzt das Achteck zu. Musik Sieht gut aus, oder? Nicht viel abgebrochen. Nichts abgebrochen. Nicht ganz einfach, so präzise zu sägen. Während Bert den Rahmen mit Blattgold betupft, trägt Michel eine letzte Schicht des alten, vergilbten Firnes auf. Musik 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 . Die Schaapjes. Die Schaapjes. Es kommt darauf an, dass es überzeugend wirkt. Das betrifft vor allem die Details. Ich finde, es gehört zu meinen besten Bildern. Das freut mich sehr, aber ich bin vor allem neugierig auf den Farbvergleich. Den Ausdruck der Person zu treffen, ist beim Malen das Schwierigste. Aber der macht das Wesentliche des Bildes aus. Von allen Bildern, die wir bis jetzt behandelt haben, ist diese Rekonstruktion zeitlich am weitesten vom Original entfernt. Mit ihr ahnt man, wie das Bild ursprünglich ausgesehen hat. Was halten Sie davon? Finde ich echt gelungen. Die Eule ist perfekt. Das Gesicht gefällt mir sehr gut. Vor allem die Haarbüche. Durch den Hut. Perfekt. Das sieht man sich gerne an. Ich finde, das Werk ist eine sehr gelungene Rekonstruktion und ich erkenne darin sehr deutlich das Meisterhafte von Bosch. Sie und ihr Team sind ihm damit sehr nahe gekommen. Es ist sehr schön geworden. Man sieht das Bild dann mit anderen Augen. Das ist das Schönste dabei. Es hat dieselben Unebenheiten. Das macht sehr viel aus. Man sieht gleich die Schatten von hier. Beim Vogel scheint es nicht durch und beim Stock auch nicht. Wir können das Bild heute nicht mehr lesen, echt verstehen, was er damit gemeint hat. Irgendwie bleibt es auch ein Geheimnis des Meisters Hieronymus Bosch. Wir spekulieren wild darauf los, aber das ist auch das Schöne dabei. Man gerät bei diesem Bild ins Träumen und denkt sich eine eigene Geschichte aus. Morgen Abend geht es weiter mit unserer Reihe über die großen niederländischen Meister. Vermeer. Um 19.20 Uhr. Hier in Dreisand. Hier in Dreisand.